Das Angel-Dänische Mal war eine in Angeln und Schwansen verbreitete Varietät des südjüdländischen. Geschichtliche Entwicklung Mit dem Sprachwechsel ab Ende des 18. Jahrhunderts wurde das Angel-Dänische zunehmend vom Hoch- und Niederdeutschen als Umgangssprache abgelöst. In Schwansen hatte sich das Niederdeutsche bereits seit dem ausgehenden Mittelalter neben dem Dänischen verbreitet. Das Angel-Dänische wurde jedoch in den Schleidörfern noch bis in das 19. Jahrhundert gesprochen. So wurde nach Angabe des Kabyl-Pastors Leifhold dort 1798 noch ein verdammtes anglisches Dänisch gesprochen. Der Philologe Peter Treohenzen beschrieb den Sprachwechsel vom Angel-Dänischen zum Niederdeutschen in Schwansen in einer Reisebeschreibung von 1813. Zum Ende des 19. Jahrhunderts war das Angel-Dänische bereits in Schwansen und großen Teilen Angelns verschwunden. In den 1930er Jahren wurden im nördlichen Angeln noch Aufzeichnungen des Dialektes gemacht, die in das 1995 herausgekommene Wörterbuch über das Angel-Dänische hineinflossen. Literarisch hat das Angel-Dänische nur wenige Spuren hinterlassen, da es niemals als offizielle Schul- oder Kirchensprache verwendet wurde. Schul-Schulsprache war zumeist Hochdeutsch Mitte des 19. Jahrhunderts auch Hochdänisch. Es gibt jedoch einzelne Überlieferungen wie Gedichte und Reime wie einen Bauernreim aus Kleinwollstrup. Spuren des Angel-Dänischen finden sich heute noch als Abstrat zum Beispiel in Form von Danismen im Angeliter-Plattdeutsch. Zu beachten ist, dass das heute in der Region verbreitete Südschleswig-Dänisch eine Variante des Hochdänischen und nicht wie Angel-Dänisch eine Variante des südjüdländischen Dialektes darstellt. Charakteristika Charakteristisch für das Angel-Dänische waren unter anderem der musikalische tonale Akzent und der Reibe-Laut für das harte G. Es fanden sich auch Hebungen von O zu U. Statt Kuhn oder Honning hieß es im Angel-Dänischen Kuhn und Hunne. I.G. im Aus-Laut wurde E ausgesprochen. Statt Fallei und Billig heißt es entsprechend Falle und Bille. Das Wort A.E. stand wie im übrigen Sonderjüsk heute noch für das erste Personalpronome nicht. Es fanden sich zum Teil auch noch ältere nordische Formen wie Hafenna, Mjölk oder Gut. Es fanden sich aber auch sprachliche Übernahmen aus dem Deutschen wie Teller oder Hunger. Sprachbeispiele